Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleos. Das sind wir da dran. Aber ich vermisse. Ja? Ja. Wenn man außer Bier auch mal einen Schnaps trinkt, dann braucht man natürlich irgendeinen Einwies an. Der ist jetzt natürlich von echten Nordhäuser. Vom echten Nordhäuser Doppelkorb. Genau. Das Bimmelfahrts-Special. Das ist eine Henne. Henriette heißt die Henne. Die steckt man dann rauf auf den Schnapsruf und dann kann man ihn voll auf die engliesen. Den Schnaps. Aha. Also das heißt im Prinzip, wir haben hier die Henne. Hier haben wir den Korken, hier ist das Loch und hier kommt es dann raus. Das kann man fest reinstecken. Ja, hier wird ja keine andere. Wo ist das denn? Also wir haben jetzt hier keinen Schnaps, das ist ja wohl klar. Ah. Geht auch eine größere Öffnung. Also das ist jetzt wirklich die kleinste Öffnung, die man so nehmen kann. Aber geht natürlich auch größer. So viel dazu, dass wir keinen Schnaps hier haben. Der Dippel hat natürlich eine richtig große Öffnung. Das passt aber, oder was? Jo. Tatsache. Also ja, das passt. Soja, Whisky kannst du da mit eingießen hier in eurem Dippel. Also universell einsetzbar. Jo. Die Henne, Henriette. Also coole Sachen. Ja. Weißt du, wunderbar verschenken soweit. Eine Kleinigkeit, die man dem Mann mitgibt, damit der endlich verpisst. So einfach. Henne, Henriette. Henne, Henriette. Aber was es nicht alles gibt, cool. Ja, eins haben wir noch. Natürlich, wenn du unterwegs bist mit Fahrrad, hast du ja nicht viel Platz. Und so eine Pulle Schnaps, so die ganze Pulle, verdrängt natürlich viel Platz. Da brauchst du halt... Ja. Ist doch klar. Ja. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.